Ah, schon wieder so ein Video über AI, wo so ein Dulli im Internet erzählt, wie KI ihn reich gemacht hat. Nein! Hinsetzen! Bis zum Ende gucken! Hier gibt's ein Video, wie ich mit künstlicher Intelligenz drei Musikalben erstellt habe, in den unterschiedlichsten Stilen, die ich dann auf Spotify gepackt habe, die aber so gut sind, dass ich sie tatsächlich sogar in meiner Freizeit höre und eines der Alben hier sogar gerade im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Das habt ihr nicht mal gemerkt wahrscheinlich, oder? Drum'n'Bass, Metal und Deutschrap. Leider war das aber potenziell illegal, aber nicht von mir, sondern von dem Tool selbst, das ich benutzt habe. Ihr bekommt also Kontext, was das alles bedeutet, wo man es einsetzen kann, die Einschätzung eines echten Musikers, nicht ich, der in einer Band singt, warum das aber auch echt geil sein kann, und die Einschätzung eines echten Informatikers, tatsächlich ich, der sich mit der Technik auskennt. Ihr bekommt außerdem die Erstellung einer Webseite mit Hostinger, ja, das Video ist gesponsert, damit ich ein bisschen Kontext geben kann und nicht einfach jeder alles teilen kann, ohne dass er sich's durchliest. Also, guck das Video ganz, bevor du wiederum jammerst, dass dein Blasmusikorchester durch KI ersetzt werden kann, Hans-Peter. Denn wenn ich dein Blasmusikorchester ersetzen könnte, hätte ich das schon längst getan, damit du nicht ständig hier neben meiner schönen Wohnung Trompete übst, während ich entspannt ein bisschen Rollen üben will. Okay, hallo, ihr lieben musikinteressierten Hexen. Wir wussten, dass ein Stein auf uns zukommt, als letztes Jahr im August YouTube mit der Musikindustrie zusammenarbeiten wollte, wegen KI. Können wir also bald endlich komplett bedeutungslose KI-Kunstwerke in YouTube Music erwarten, damit YouTube endlich keine Bands, Gruppen und Labels mehr bezahlen muss. Oh, hell yeah. Die ganze Welt jubelte YouTube zu. Endlich keine Konzerte mehr von einem echten Menschen. Im April und im Mai diesen Jahres sind dann aber zwei Tools veröffentlicht worden, die das tatsächlich so können. Gib ein, was du für Musik möchtest und du bekommst sie. Das erste Tool war Zuno Version 3, mittlerweile sogar Version 3.5. Fragt mich bitte nicht, was mit Version 1 und 2 passiert ist. Ich habe von denen davor noch nie gehört. Einer von euch hatte mir damals tatsächlich einen Song gebaut und erst dadurch habe ich das Ganze mitbekommen. Es ist viel zu einfach. Ihr gebt Lyrics ein, ihr gebt einen Stil ein, ihr gebt einen Titel ein, ihr wartet kurz. Das Problem, es ist echt scheiße. Hört ihr den Gesang? Dieses Echo, dieses Phasing, das findet man, wenn man genau hinhört, bei fast jedem Zuno Song. Deswegen Tool Nummer 2, Udio. Ich habe keine Ahnung, wie Udio oder Zuno arbeiten, denn beide Tools sind nicht offen verfügbar und beide Tools haben keinerlei Erklärung oder gar Paper oder irgendwas wirklich technisch brauchbares, was sich mein innerer Nerd reinziehen könnte. Sie reduzieren euch und mich auf Konsum. Aber das klappt auf YouTube ohnehin besser. Deshalb Udio. Ihr gebt ein paar Lyrics ein, ihr gebt einen Stil ein, ihr gebt keinen Titel ein, ihr setzt die Qualität auf mega, super, duper, ultra. Ihr wartet, ihr wartet lange und dann... Bei Udio bekommt ihr allerdings nur 32 Sekunden Audio. Bei Zuno bis zu 4 Minuten. Man kann aber zum Beispiel bei Udio noch ein paar Bereiche davor, speziell sogar Intros erstellen, für die man dann auch wieder Prompt-Lyrics etc. angeben muss. Und genauso geht das dann eben auch mit dem Outro. Und damit könnt ihr dann Songs wie diesen hier erstellen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass sich hier verschiedene Arten zu singen mischen. Und das war der Grund, warum das erste Album ein Metal-Album sein muss. Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass Metal sowieso Beste ist. Es gibt im Metal natürlich auch Gesang. Ihr könnt aber auch growl. Ihr könnt rappen, was ich nicht kann. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Unterton singen. Und ihr könnt screamen. Und theoretisch kann man sogar noch grunten und im Vocal-Fry singen, wenn es nach Wage-War geht. Dazu gibt es eine ganze Bazillion von Stilrichtungen, über die sich, glaube ich, keine Gruppe von Menschen so sehr streiten kann wie Metal-Heads. Die sind doch eindeutig Post-Hardcore. Nee, da sind viel mehr Metal-Core-Einflüsse drin. Anyways, das macht Metal für mich zum besonderen Experiment. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Album. Denn ich konnte alle Arten von Gesang nachbauen. Und ihr fragt euch, wie ich diese wundervolle Website erstellt habe, die ihr da die ganze Zeit seht. Das ging tatsächlich innerhalb von etwa einer einzigen Stunde mit unserem heutigen Partner Hostinger. Hostinger hat einen Website-Builder, der es super einfach macht, für euch eine Website zu erstellen. Ihr gebt ein, was ihr braucht und bekommt ein Template für eure Website. Anschließend könnt ihr die Elemente schnell bearbeiten, beispielsweise den Shop entfernen, weil ich euch nichts verkaufen will. Direkt Social-Media-Links einfügen, Cover einfügen, selbst externe Embed-Codes könnt ihr verwenden. Was es wirklich extrem leicht macht, etwa Songs von zum Beispiel Spotify einzubauen. Ihr findet auf der Website deshalb jeweils ein paar ausgewählte Songs von den Alben, die ich besonders beeindruckend fand. Hört aber definitiv in die Alben insgesamt rein, denn ich habe auf der Webseite auch direkt Spotify, YouTube Music, Apple Music und Deezer verlinkt. Wie gesagt, dank dem Website-Builder von Hostinger ist das eine Sache von nicht mal einer Minute gewesen. Okay, beim zweiten Album wollte ich dann Instrumente ausprobieren. Einflüsse von verschiedenen Kulturen auf die Art von Musik wollte ich wissen, ob das klappt und Abwechslungsreichtum. Und deswegen ist es Drum und Bass geworden. Und was soll ich sagen? Ob Didgeridoo, Cello oder sogar geile Instrumente wie das Koto Es hat alles geklappt und das nicht zu knapp. Aber eins ist mir bewusst geworden. Erstellt man Musik, sucht man sich immer genau das raus, was eben am besten passt, was mir am besten gefällt. So wie Breakdance und die Queen, die in diesem Deepfake so schön gezeigt werden. Können wir kurz appreciaten, dass offenbar jeder ein besserer Tänzer ist als ich. Aber natürlich sind meine Stücke, die ihr hier hört, auch ausgewählt aus sehr viel mehr gebauten Tracks. Um genau zu sein, habe ich sogar Statistik. Ja, im Herzen bin ich manchmal doch noch immer ein echter Informatiker. Ich habe im Durchschnitt für jeden Track etwa 24 Tracks wieder verworfen. Also mehr als ein ganzes Album. Es gab aber einen Track, oder ein Instrument genau genommen, mit dem ich etwas mehr Probleme hatte. Die Gottverdammte Ballerleika. Der Didgeridoo-Song hingegen war dafür wirklich First Try. Hier war es sogar die andere Richtung, weil immer zwei Songs von Udio generiert werden und ich mich dann entscheiden musste. Entscheiden! Immerhin nicht für den Namen des Songs. Wir wissen, wie mies Informatiker bei Namen sind. Und für die Fails gibt es dann aber trotzdem noch zwei extrem wertvolle Tools, die mehr eigene Arbeit ermöglichen. In-Painting, womit ihr im Endeffekt einzelne Bereiche von einem Song neu erstellen könnt oder überarbeiten könnt, wenn sie eben nicht ganz so sauber oder genauso geworden sind, wie ihr euch das erwünscht habt. Und ihr könnt croppen, womit ihr den Anfang und das Ende einfach abschneiden könnt und dann natürlich nochmal vorne dran und hinten dran was Neues generieren könnt. Damit und mit der Tatsache, dass man sogar Musik hochladen kann, also zum Beispiel einen Gitarren-Riff von euch selbst, kann man wirklich sehr, sehr viel bauen. Und hier habe ich eine Challenge für euch. In den drei Alben verbirgt sich eine Melodie, die von einem Menschen geschrieben wurde. Aber nur eine. Welche ist es? Packt mir den Song in die Kommentare, von dem ihr glaubt, dass er es ist. Und gerne auch euren Lieblingssong, das würde mich wirklich interessieren. Doch halt, es gibt ja noch ein drittes Album und das ist Deutschrap. Und ich bin ehrlich mit euch, ich bin nicht so im Deutschrap-Gamer und das werdet ihr wahrscheinlich hören. Aber ich höre K.I.Z. gelegentlich und früher auch sowas wie Sido und Bushido. Das war damals noch cool, als ich jung war, okay? Yo, ich bin Fresh Dumbledore. Back from the underground. Back from Bordstein to Skyline. Was, Bruder? Jetzt ist Deutschrap für mein ungeschultes Ohr nicht besonders anspruchsvoll. Aber was beim Rap wichtig und vor allem schwer ist, sind Rhythmus und Texte. Und da habe ich sehr viel mit meinem menschlichen Stimmtrainer am Album gearbeitet. Grüße gehen raus. Danke für die ganze Hilfe. Lyrics mit Haus-Maus-Reimen zum Beispiel finden wir Menschen einfach langweilig. Und was passiert, wenn ihr mit Chat-GPT Lyrics generieren wollt? Genau, leicht erreicht, sprengt, lenkt, Haus-Maus, ich könnt kotzen, ihr versteht. Also habe ich mir ein GPT in Chat-GPT gebaut, das ein Prompt enthält, das zumindest passable Lyrics generiert. Das kriegen dann meine Patron. Vielen Dank für euren jahrelangen Support an der Stelle. Trotzdem musste ich diese Lyrics, die da rausgekommen sind, immer nochmal optimieren, selbst drangehen und dann nochmal verfeinern. Das Bauen von Beats war dann wiederum kein so großes Problem. Hier war zuvor selektieren angesagt, also welcher Beat und welcher Style passt am besten zu den Lyrics, die ich ja schon hatte. So wie Einstein zum Beispiel sehr gut zum Rappen passt. Teils habe ich hier sogar Zuno benutzt, denn Zuno kriegt das Timing und den Rhythmus besser hin, weil es eben direkt den ganzen Song generiert und nicht nur einzelne Abschnitte, so wie Udio das macht. Ah, und kurze Triggerwarnung zu dem Rap-Album. Ich habe meine Themen, also KI, Tech und Algorithmen, Hacken etc. verarbeitet, aber teils wirklich die Worst-Case-Szenarien und Geschichten erzählt, die man sich so vorstellen kann. Die Lyrics sind deswegen wirklich nicht ohne, deshalb hier nur ein Beispiel. Jetzt denkt man vielleicht, ah, der Noob da hat gar keine Ahnung von Musik und ihr habt absolut recht damit. Ich habe selbst mal versucht, mit einer DAW zu arbeiten und bin kläglich gescheitert, weil ich eben nicht wusste, was überhaupt nur einer dieser ganzen Knöpfe da tut. Aber ich habe mir Hilfe gesucht, bei den Lyrics, bei dem Gesang und bei der Komposition. Wir wissen, denke ich alle, dass das hier nur Version 1 von Udio bzw. Version 3 von Suno ist und es nach oben hin natürlich noch immer, immer besser wird. In ihrer aktuellen Verfassung sind, finde ich, die Songs nicht ganz perfekt abgemischt. Das wird sich aber noch verbessern natürlich. Allerdings hört man vor allem beim Metal-Album das Fehlen von Emotionen in der Stimme, sagt der Mann, der sich damit auskennt. Das ist ein großes Ding bei Musik und beim Gesang, denn erst dann wird es überhaupt erst richtig gut. Und hier scheinen sich die Geister, ob KI so etwas überhaupt jemals erlernen kann. Also nicht Emotionen erlernen, sondern Emotionen zu faken. Dazu bräuchte KI wahrscheinlich sowas wie Spiegelneuronen oder Bewusstsein oder eine Seele. Und ich hasse es, dass wir als wirklich technische Community solche nicht-technischen Themen klären sollen. Lasst mich in Ruhe mit so einem Kram. Gebt die KI einem Psychologen, gebt dem Psychologen eine KI, gebt mir für meine Therapie eine KI. Warte, was? Der Song, der das am ehesten testen sollte, war der hier. Silent Machine Um ehrlich zu sein, man fühlt es ein bisschen, würde ich sagen. Aber ich war auch wirklich, wirklich lange dran. Ich war pro Song so circa drei bis vier Stunden dran. Und ich habe ja eigentlich nicht viel getan, wenn man so möchte. Was meint ihr? Und dazu kommt natürlich, in der Musikindustrie ist natürlich auch alles drastisch bearbeitet. Gehen wir nochmal zum Metal. Mittlerweile wird ein Song meistens vollständig programmiert, bevor er überhaupt nur geprobt wird. So kann man schneller Songs erstellen und überlegen, ob die überhaupt gut klingen. Vor allem, sehr viel schneller kann man aber auch Änderungen einfügen. Dabei nutzt man MIDI. Das ist eine Art Format und da ist dann die Tonstärke drin, die Tonlänge und die Tonhöhe von jedem gespielten Ton jeweils pro Instrument. Das wird meistens eingespielt von einem Keyboard oder Drums zum Beispiel. Die werden mittlerweile fast ausschließlich programmiert. In vielen modernen Metal Songs werden die nicht mal mehr aufgenommen, weil es zu teuer ist. Einfach programmieren, dann die Krim Drums draufhauen und von Cthulhu spielen lassen. Ich meine, wer kann denn besser Drums spielen als Cthulhu? Ein Mensch, der hat viel zu wenig Arme für ein Schlagzeug. Und diese Drums sind halt tatsächlich von Jens Bogren produziert und gemischt und von Krim selbst performt. Und dann eben von dort aufgenommen und gesampelt. Dasselbe gibt es aber auch bei Gitarren. Die Odin-Gitarre zum Beispiel hört sich auch, wenn kein einziger echter Ton gespielt wurde, an, als wäre es alles echt. Und es gibt sogar ein Piano von Hans fucking Zimmer, wo jeder einzelne Ton direkt in einer Kirche aufgenommen wurde. In jeder erdenklichen Art, wie man diesen Ton überhaupt nur spielen kann. Wer überhaupt nur denkt, ein Normalo könnte sowas produzieren, den lache ich aus. Allerdings, wenn wir zurück zu Udio und Zuno gehen, die beiden werden jetzt von der Musikindustrie verklagt. Weil sie vermeintlich auf urheberrechtlich geschützten Daten trainiert wurden. Ich als Kunde habe aber natürlich einen Vertrag mit den beiden. Und in den AGB steht sogar drin, dass ich Songs, die ich erstellt habe, sogar kommerziell auf Spotify verwenden darf. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Und hier wird es jetzt lustig, denn ich bezahle ja sogar dafür. Und dadurch fällt theoretisch sogar meine Pflicht weg, Zuno beispielsweise überhaupt nur zu erwähnen. So sagt es zumindest deren Richtlinie. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie viele Songs da draußen schon zumindest mit Co-Autor-KI erstellt wurden. Meine einzige Pflicht ist, dass ich nicht einfach Lyrics von anderen Leuten klaue. Oder ihre Melodie und, naja, fairerweise, die gilt schon immer. Das mit der Klage kennen wir aber auch schon von Bildgeneratoren wie Mid-Journey und Stable Diffusion. Und das macht auch komplett Sinn. Eine KI muss im Training erstmal verstehen, was einen guten Song ausmacht, bevor sie selbst welche produzieren kann. Und dazu werden KIs wie Zuno oder Udio im Training mit hunderttausenden Songs gefüttert, die die dann quasi erlernen. Ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr einem Mini-Hirn, das nur Musik kann, Milliarden Songs immer und immer wieder einprügeln. So wie wir damals in der Schule eben Gedichte uns eingeprügelt haben. Dunkel war es, der Mond schien heller, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die gerade Kurve fuhr. Aha, wo kam das denn her? Aber dem gegenüber stehen tatsächlich auch wir Menschen. Wenn ich einen Song schreibe, als Mensch, mal vorausgesetzt, ich könnte das und wäre nicht scheiße darin, dann ist der natürlich aus allem inspiriert, was ich persönlich jemals gehört habe. Bei mir wäre das ein sehr ungesunder Mix aus Metal, K-Pop, Drum'n'Bass und wahrscheinlich noch ein paar anderen. Ich habe dazu schon mal ein ganzes Video gemacht. Der Punkt ist aber, unser Urheberrecht verbricht da an. Komplett. Und es ist klar, dass nichts klar ist. Selbst OpenAI darf sich aktuell einer Klage von der Times stellen, obwohl die Daten sogar öffentlich zugänglich im Internet sind und ich als Mensch mir alles davon auch ohne Abo durchlesen kann. Japan hat das so ziemlich einzigartig geklärt und gesagt, zum Training von AI ist alles erlaubt. Da gibt es kein Urheberrecht mehr. Also im Zweifel sind Udi und Suno dann wohl bald japanisch. Und trotzdem, wenn ihr nochmal auf die Webseite schaut, die ich mit Hostinger erstellt habe, dann sind da nicht drei Tools aufgelistet, sondern vier. Der Mensch ist immer mit dabei. Bei meinen Songs und hoffentlich auch bei jedem anderen. Ich persönlich entscheide, was sich für mich gut anhört und das wird dann produziert. Vermutlich hättet ihr einen meiner Abfallsongs sehr viel mehr gefeiert als die, die es nun auf die Alben geschafft haben. Ich war also sowas wie eine Art Kurator für Songs, die aus der KI ausgespuckt wurden. Ich habe die Ausgaben der KI für euch validiert und dann angepasst. Naja, aber auch für professionelle Musiker hat das Ganze zwei Seiten. Ja, ich als vollkommener Dulli kann jetzt unfassbar leicht Songs erstellen, sobald ich mich ein bisschen damit befasst habe. Das ist super, wenn ich meiner Oma eine Blasmusikkapelle nur zu ihrem Geburtstag spielen lassen will. Aber es ist natürlich überhaupt nicht konsistent. Die Stimmen hören sich jedes Mal anders an. Der Stil ist ein extrem wilder Mix und mittlerweile baut jeder Künstler, auch wie jeder stinknormale Kack-Influencer, eine Beziehung zu seinen Followern auf. Nur, dass ich im Vergleich zu einer Gruppe wie G-Idle noch auf Nachrichten in Instagram antworten kann. Aber eine Band, Gruppe oder auch Solo-Künstler, so sagt mein menschlicher Musiker des Vertrauens, ist ganz einfach oft an einem Punkt, wo er zwar einen Anfang oder einen Teil hat, eine Melodie, aber andere Instrumente passen nicht so richtig und er kommt einfach nicht vorwärts. Er hat gemeint, er kann sich nun mit AI diesen Song dann vervollständigen lassen und damit inspirieren lassen, wie es zum Beispiel weitergehen könnte und selbst damit seine eigene Note noch mit einbauen. Ähnlich wie Chachibiti zwar meine Videoskripte schreiben könnte, aber die wären dann halt wirklich, wirklich langweilig. Zum Brainstorm für Ideen hingegen nutze ich fast immer Chachibiti auch mit. Er hat mir also eine Demo von seinem Gesang geschickt und ich habe mit Suno dann eine weitere Melodie hinten dran gebaut, also quasi wie es weitergehen könnte. Er meinte, die KI hat die Tonart direkt richtig erkannt und hat richtig, richtig gut sogar direkt Variationen erstellt, in der Art, wie eigentlich nur wirkliche Profis das können und immer wieder auch tun. Er war tatsächlich so begeistert, dass er in seinem Song, den er gerade angefangen hat zu schreiben, zumindest einzelne Elemente von der KI übernehmen möchte. Aber eben nicht alles, logischerweise, sogar nur einzelne kleine Bestandteile. Und auch hier sehen wir wieder mal, lieber Hans-Peter, niemand will deine Blasmusikkapelle ersetzen. Aber wenn man sich Inspiration von einer KI holen kann, warum eigentlich nicht? Zum Konzert von einer KI würde ich trotzdem nicht gehen, wenn es allerdings eine Band ist, die ich seit Jahren verfolge, egal ob mit KI geschrieben oder nicht, dann schon. Vielleicht ist aber auch genau das der Grund, warum aktuell so viel mehr Musik produziert wird, als vor noch ein paar Jahren. Oder kommt nur mir das so vor? Wir landen wohl also auch hier in einer Art Mischwelt. Soundtracks in manchen Games von kleinen Indie-Studios, ihr könnt fast davon ausgehen, dass das bei KI generiert ist. Bei großen Songs von Bands, die ihr liebt und feiert, vermutlich ist da sogar ohnehin schon lange KI am Werk. Die zum Beispiel die Drums schreibt oder die Stimme verzerrt oder moduliert. Aber damit macht man in der Musik auch einfach gar keinen Umsatz mehr. Dafür braucht es Konzerte. Und dafür muss man nach wie vor Musiker sein. Streams von Spotify sind nicht mal einen halben Cent wert. Dazu werde ich aber, falls es euch interessiert, nochmal ein Update-Video machen. Deshalb geht jetzt mal fleißig die Alben hören. Das nächste Album wird dann das Genre eurer Wahl. Schaut deswegen unbedingt auch auf die Webseite, die ich in der Beschreibung unten verlinkt habe. Vielen Dank nochmal an Hostinger dafür, dass sie es so wahnsinnig einfach gemacht haben, diese Website zu erstellen. Und bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Das war kalt. Das war kalt.